Wir bedanken uns natürlich auch für die Nominierung beim OSC Romwald. Wir sind auch tagreich vertreten da. Wir nominieren natürlich auch wieder drei Vereine. Als erstes nominieren wir den Sparverein Ziergel. Als zweites der Freiwillige Feuerwehr in St. Johann bei Herberstein. Und als drittes die Theatergruppe, die Hirschbühnen. Ich möchte noch dazu sagen, Wasser haben wir natürlich kein warmes. Wir sind Eisschützen, wir haben ein eiskaltes. Eishürfel kommen wir rein, dann ist ein gefrorener Kürbel. Ja, dann auf geht's. Na ja, wenn die Regeln. Regeln werden wir immer bekannt geben, wir freuen uns jetzt hier zu auf die Jasen. So, haben Sie geregt? Eins, zwei, drei.